Hi, ich bin der Fabian und das hier ist, äh, wer bist du? Ich bin Daniel, ich bin der Produzent von Last Man Standing und das seit Teil 1. So, und dieses Jahr machen wir zusammen Last Man Standing Generations. David Hain und ich als Moderatoren und Daniel als Produzent. Ja, Last Man Standing Generations, da haben wir uns ein paar neue Sachen ausgedacht und was das genau ist, das wollen wir euch in diesem Video und in zwei, die dann noch kommen, mögen erklären. Was ist denn so das Hauptding, was Generations wirklich ausmacht? Die Live-Komponente tatsächlich. Ja, genau, denn wir werden Last Man Standing Generations live auf der Gamescom am 8.8. ab 20 Uhr abfeiern. Das heißt, das ist zwar nicht Teil der Gamescom, aber direkt im Anschluss an die Gamescom. Ihr braucht also auch kein Gamescom-Ticket, könnt aber trotzdem, wenn ihr schon auf der Gamescom seid, gleich im Anschluss, wenn die Show, wenn die Messe vorbei ist, auf unsere Show kommen. Genau. Und das wird super. Wir erwarten bis zu 3.000, über 3.000 Zuschauer tatsächlich. Denn so viele passen da rein. Und wer da aber nicht live hinkommen kann, der kann sich das natürlich wie gehabt auch im Livestream anschauen. Wir streamen diesmal nicht nur auf mein Video, sondern auch auf Twitch und auf YouTube und eben auf der Gamescom. Und warum gerade die Gamescom? Ich habe gehört, da geht es um Games. Da geht es um Games und da sind natürlich die ganzen Gamer auch schon da und wir werden wirklich ein sehr illustres Team, nein, gleich zwei illustre Teams, der besten, beliebtesten deutschen Let's Player haben, die da vier Stunden lang gegeneinander antreten. Wir werden in vier Stunden doch eh nie fertig. Wurden wir noch nie. Natürlich nicht. Wir sind natürlich nachher auch noch eine Weile da und ihr habt sicherlich auch noch die Chance auf ein Gespräch, auf ein Autogramm und so weiter. Also ich habe mir für den Abend jedenfalls nichts mehr vorgenommen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann geht doch einfach mal auf studio71.com.lms. Da habt ihr alle möglichen Infos zu der Show, auch wie das mit den Tickets funktioniert und wie das mit der Elternfreigabe funktioniert und so weiter. Aber das werden wir auch in späteren Videos noch erklären. Und einen Punkt gibt es auch noch neu. Genau, und zwar wollen wir euer Feedback. Wir wollen diese Sendung zusammen mit euch machen. Wir wollen die geilste Show aller Zeiten machen und deswegen brauchen wir euch und euer Feedback. Deswegen wird es in den nächsten Videos Votings geben, wo ihr unter anderem über Spiele und Teamfarben und Teamnamen entscheiden könnt. Und wir sind sehr gespannt, was ihr da auf uns zuschießt. Das wird alles super. Also nicht vergessen, 8.8.20 Uhr live im Internet und auf der Gamescom Last Man Standing Generations. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Mats. Max. Mats 갈. Romans. Mats. Tom.